hallo und willkommen im fluglevel von super mario brothers 3 aus der welt 3 wo ich total begeistert rein gerannt bin ohne auf aufnahmen zu drücken deswegen let's go wir müssen jetzt langsam haben wenn die ihre deviten lesen und die hausabreste teilen weil wenn die aber böse sie hat sich mit ihrem vater gegen mario verschworen weil ich auch nicht verstehe wie bauser kinder gezeugt hat wenn seine frau entscheidend existiert oder ja irgendwie unerzählte speech ja also wir wissen nicht was mit seiner frau ist existent oder mama beach vielleicht tun sie sich auch irgendwie anders fortpflanzen nicht so wie wir ganz ehrlich ich wüsste nicht mehr wie sie schildkröten fortpflanzen ich weiß echt nicht mehr wie sie schildkröten fortpflanzen ich habe keine ahnung ich kriege eier ja ja das ist mit den eiern weiß ich aber die tauchen in der versuch auf ich meine wenn ich schildkröten so eine andere von hinten nein und jetzt steht auch eine große form mit seiner riesen panzer und seiner armenketten alles so und und dann gibt es doch diese ekelhaften fetischisten die an bauzett denken wie kam dieser bauzett meme eigentlich noch mal zustande weil sich bauser eine peachpoller aussetzt ich weiß nicht wenn du was meinst ich wollte eigentlich noch mal das geben oberstein zeigen die habe bis jetzt zu selten gesehen deswegen da ein wunderschöner gewerberscreen so schön weiß und weiße schrift mit schwarzem rand auf blauem grund mit einem nütchen der da oben so sich freut so juhu ist doch sehr schön oder aber weißt du worauf ich mich freue auf dieses neue peach gehen und mich freut sich darauf nicht miss jetzt louis dank die und diesen blöden fortpflanzer von schildkröten habe ich jetzt ein ganz komisches gefühl gefühl nein ich habe eine ganz komische vorstellung in meinem schiegel will ich wissen was du mir gerade vorstellst aber versparsch mir die Details ist ja weil schildkröten können ja speichern ah ok über jahre ich kann mich nicht mehr anziehen nein ich kann mich nicht mehr anziehen nein wir hören auf stopp das wird jetzt seeeeeeer interessant äh ja keine ahnung ich glaub du wolltest ein bisschen zu viel haben wir schon mal level 1 gesehen ich weiß der witz wird nicht besser wenn ich den zwei folgen später nochmal bringe aber ich mache jetzt hier das leben spiel weil ich kein leben habe das ist auch so viel gedrückt ach man also einfach kriegst die oberen beine oder die unteren beinen aber die beise zusammen ach man ach man aber ich frag mich immer noch wie diese luftschiffe überfliegen können weiß ich nicht Mario Galaxy usw weiß ich wenigstens dass da irgendwelche Ruder aus den seiten kommen und die damit halt irgendwie rudern aber hier seh ich einfach nicht in der Richtung ach au entschuldige für den husten alles gut ich war da einfach oben abgeschossen so boop hm dead aber irgendwie freu ich mich echt auf dieses Peach Game das da rauskommen soll und ich hoffe immer noch dass irgendwann eine Luigi's Mansion 1 auf der Switch rauskommt ja wenn es jetzt ja Luigi's Mansion 2 gibt und auch schon Luigi's Mansion 3 wäre Teil 1 auf der Switch nochmal eine andere Nummer und wenn man es schafft ein 3DS Game auf die Switch zu bringen was Luigi's Mansion 2 ist und man schon vorher ein Gamecube Teil auf den 3DS gebracht hat mit den Grafiken kann man auch wohl das nochmal rücksetzen auf eine Konsole Variante für die Switch oder es gibt eine Nintendo Switch Online Gamecube oder es gibt eine Nintendo Switch Online Gamecube Variante mit dem Spiel dann wäre ich auch zufrieden da kann ich wenigstens nochmal spielen und am besten dann noch Pikmin 1 und 2 drinne weil einfach das auch auf die Person passt wobei Pikmin 1 habe ich ja mit Stream durchgespielt müsste ich auch mal Pikmin 2 spielen Pikmin 1 und 2 gibt es ja jetzt für Switch Pikmin 1 auf der Switch Version gespielt im Stream damals Pikmin 1 auf der Switch Version gespielt im Stream damals das ist damals vor einem Monat Pikmin 2 müsste ich auch mal auf Switch springen Ich spiel grad wieder letzte Dreck ja ich auch gehört ich bin jetzt auch so am ich lenke mich aber gerade teilweise selber ab mit den Quatschen naja der Sternenblick nicht die Blut wollen wir nicht nehmen das Ding weiß ich nicht was er macht und das Ding ist auch noch nicht so was waren vom Ei ich meine die Wolken würde gar nichts bringen weder bei Wendy noch ihr auf den Weg drehen weil die verschwindet dann an der Weile ja aber das Scrolling naja erst ist das und zweit verschwindet die Wolken auch an der Weile ich war grad perplexe volle Konzentration jetzt also jetzt schweigen wir und ich krieg mir einen Copyright Strike geil ne ne du quatscht ich schweige und spiele ach so also ich glaub das ist ein Solo let's play ja naja das ist ok also ich spring jetzt erstmal auf diesen Kuppe rein und auf dieser Kuppe und sterbe dadurch ganz geil ok wir hören auf weil ich so egoistisch geil bin habe ich Bock noch ein Lied zu spielen ja das mag ich nicht ja das mag ich nicht ich mag es auch nicht aber ich möchte eigentlich dieses Level jetzt schaffen ich will auch schaffen ich will auf Welt 4 ich möchte eigentlich schon Eis essen gehen aber ich kann jetzt nicht während der Aufnahmen Eis essen holen ich hab da so ein schönes ich hab da so ein schönes Merken im Nüsseis im Roussac also man äh hol doch einfach ne ich werd nicht Werteaufnahmen was Essen und Trinken ist vermeide ich zutiefst wieso dann jetzt ist irgendwie keine Ahnung ich mag das nicht ach so im Stream ist es etwas anderes weil im Stream bin ich ja eh ganze Zeit mehrere Stunden live mit Jan den Bein ich trinke und esse ist das kacke aber bei ner YouTube Aufnahme die nur ne halbe Stunde geht dann muss ich in ner halben Stunde nicht auch den Bein essen und trinken ja aber wir machen ja grad ne Aufnahmesession die über mehrere Stunden geht naja ich trinke jetzt zwischen den Parts ja gut ich hab ja auch zwischen den Parts das Eis holen ich hab einfach mitten im Part gegessen ja gut das höppelt mich auch gar nicht so sehr wie zu mir nein ok nehmen wir schon ja ich krieg nen Anfall aber was sollst du wenn ich sterbe kriegst wenn ich sterbe kannst du es eh wegkriegen mit euer ich brauch jetzt was zum runterkommen ja naja also diese Lebensspiele das wird bei mir durch nie passiert dass ich es hinkriege oder so einer oder tausend weißt du so ein one in a million Moment schaffst das schaffst das ich glaube an dich mal wenigstens ein einer der mich glaubt ich selber mir nicht jessss, Kunst das war schon so oft gemacht haben dass wir jetzt einfach gewohnt sind war das ja pass auf die schmeißt sofort immer ein ring ja gut gut ich präsentiere noch mal die game over screen wer von euch aufgepasst hat hat wir stellen uns echt jetzt aber keine ahnung wie wir das vorhin geschafft haben beim ganze zeit quatschen hier zu spielen wir waren da glaube ich nicht so darauf bedacht das spiel aber an den ball gespielt haben es im memory dieses gehabt ja weißt du keine pause mit drin haben wir ein bisschen vergessen weil wir jetzt zehn Minuten vorhin schon eine pause zwischen den parts hatten und dadurch ist das muscle memory ein bisschen zurückgegangen weißt du weil jetzt wo wir das ein bisschen gemacht haben und weiter unterhalten klappt es trotzdem irgendwo wir kommen erst mittlerweile wieder bis dahin ungefähr ja wo ist die anfangsphase und weil du und ich versuchte den bock mitzunehmen ja ich habe am anfang versucht den bock mitzunehmen also jetzt haben wir so langsam die dreh wieder raus dass wir so ungefähr wissen wo wir wann wohin müssen nein das war eine miese brise ja das war richtig mies ich konnte ich früh genug hoch springen weil autoscrolling so aber ich versuche jetzt trotzdem noch mal ein lebensspiel weil ich nutze das aber ich werde das machen war noch eine super mario maker zwei staffel wo mir zuschauer ihre level einschicken können ich einfach mal spielen muss ich sehe es auch nicht als eine gute idee an das darf ich ein leben geben würde ich ein leben würde schon mal reichen ich hoffe für dich dass du keine zuschauer hast die wissen wie man im mario maker bestimmte tricks macht weil sonst kannst du dir die level abschicken ich werde das glaube ich gar nicht ja gut ein versuch was wert zwei versuche werden es mir habt ihr wohl ich bin auch egal egal ganz zwischen die dinge reingesprungen jetzt kommen man nemo reiß dich zusammen das ist nicht so schwer was das ist nicht so schwer du 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 was ich bin auch wieder drauf gesprungen das ist nicht so schwer okay das ist nicht so schwer Ey, wenn wir jetzt an diesem Schiff länger brauchen als in der ganzen Welt 3, krieg ich einen Anfall. Entschuldigung. Ob die schon nicht über Baro Brothers Teile zu zweit gehen? Ich glaube ja, oder? Äh, ja, ja, die gehen alle. Die hab ich meiner Freundin gespielt. Nein! Ich dachte grad, ich hab's mir rechtzeitig bevor sie ihn hingeschmeißt. Ja, das hab ich mir auch immer gedacht, als ich da, ähm, bei der bin. Naja, eben grad hat's ja bei Zweifelser geschafft, da hab ich dann aufgesprungen bevor sie was machen konnte. Ja. Hab ich's ja quasi in der Luft um halb erwischt. Das hab ich, äh, wie gesagt, bei mir ist das auch einmal gefunktioniert, aber manchmal funktioniert das auch nicht. Ganz komisch bei der. Ja. 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 Waaahhhh. Ich dachte gerade sie kann nur in das Feuer rein. Mh mh hm 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 hm. This is aange incorrect here. Hm. Das is aange incorrect here. Oh pfff! So. Hallo, Vendi. Wie geht's deiner Fern-, hier geht's deiner Pferdezeitschrift? Waaahh. Da hatte ich keinen Ausweg mehr gefühlt. Sie ist wieder auf dich drauf gesteppt. Naja, verstehe ich auch auf. Anscheinend. Steppe auf mich, Wendy, please. Ähm... User left your channel. Disconnected. User left your channel. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Alle Konzentration bei mir. Merk schon. Ähm... Hallo, Bambi. Bäh! Keine Ahnung. Wut? Wir sind eben gerade so ein paar alte Serien eingefallen, wo ich gerade an Wendy gedacht habe, die Fertezeitschrift. Und es gab damals auf dem Kinderkanal eine Serie, die hieß Bambi. Das war, glaube ich, eine Disney-Serie zu Bambi irgendwie. Und da war immer... Zu dem Film? Ich glaube, ja. Oder irgendwie einfach so eine Zugeschichte zu Bambi. Wie halt zu Baili und Stitch und so weiter, wisst ihr? Und da war da auch dieses Hallo Bambi drinne. Geil! Niemand hat einen geilen Stock. Ich habe einen Stab. Ja, der hat einen Stab. Der Elder Stab. Ja, wir haben es geschafft. Wir kommen jetzt endlich nach Welt 4. Ja, wir haben endlich Welt 3 abgeschlossen. Wir haben endlich Welt 3 abgeschlossen. Yes! Yes! Welt 4! Und die geile Mucke. Ist es jetzt da rein oder da rein? Da war da rein. Ich liebe die Overworld-Musik von Welt 4. Das ist, glaube ich, so mit meine Lieblings-Overworld-Musik. Okay, hier geht es nicht rein. Das klingt wie so ein geiler Dance-Track, wisst ihr? So Dance-Evolution-Mario-Style. Ich feiere die Mucke. Mucke ist geil. So, dann gucke ich mir mal Welt 1 an, ne? Ah. Ja, die Groß-Kleinwelt. Ich liebe es. Diese Welt erinnert mich so hart an, äh, die... Eine Welt aus Mario 64. Hier, Tiny Huge Island. Ja. Nur, dass du nicht auf die Koopas reiten kannst. Und dass die Koopas einfach richtig sind. Und man sieht erst jetzt, dass sie in diesem Spiel Gumbas Schuhe tragen. Ja. Und es gibt ja auch später noch ein Item-Update hier in dem Spiel, ne? Es gibt ja später noch Koopas Schuhe. Äh, Gumbas Schuhe. Du kannst ja noch in so einen Stiefel einspringen. So einen grünen Stiefel, mit dem du rumhüpfen kannst. Ja, das ist mir egal, Spiel. Ja, hier war Welt 4 geschafft. Juhu. Also nicht geschafft, bis ich bin Welt 4. Wir haben Welt 3 geschafft. Ich werde, glaube ich, gleich nach der Folge noch mal diese Welt 4-Bucke irgendwo als Dauerschleife anhören. Ich mag diese Welt 4-Oberwelt-Musik, die ist so geil. Die hat so richtig einen Ober-Charakter, ne? So richtig? Ja. Die warst doch richtig fröhlich irgendwie. Und hier auch diese Schabt-Pianias. Die kommen nicht mehr raus an der Weile. Okay, bei den großen Menschen. Die hat so recht viel Spaß gemacht. Also ich lange nicht. Das ist, das ist. Das ist, das ist. Das ist, das ist. Jetzt ist wahrscheinlich so. Das ist ja auch noch viel. Jetzt ist es nicht auch kaputt. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Und da ist wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch nicht auch. Ich habe mich nicht eine Mütze. Ich habe mir nicht ein Mütze. Man kann ja echt in keine einzige Röhre rein, das ist so, ich will in Röhren reingehen. Ich will Röhren, ich bin Rohrenputzer, ich bin Klempner. Ich bin Klempner, ich will in Röhren rein. Aha, der kommt zu mir, der Pilz. Pilze sind so entgegenkommt. Ja. Aha. Aber es gab nicht viele Weltenmusikmixer. Nee. Stirb. Stirb. Einfach nochmal so aus Prozess, weißt du, klack. Aber hey, wir haben die erste Level geschafft. Yay. Level 1 geschafft. Juhu. Ich mag diese Musik, ohne dass es die Weltvielmusik ist. Die macht irgendwie von sich aus einfach so glücklich. Ich gucke mir jetzt mal Welt 2 an. Die nächste Welt, die untergeht. Nein, nicht schon wieder Fische. Ja, danke. Dann löse mich. Warum kriege ich nicht immer die Fischle... Na, du heißt doch Nemo, also... Nein. Nein, das war dabei. Das war dabei. Warum ist dieses Pilzhaus eigentlich rot? Und die ist so orange. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da was Besonderes. Wir gucken mal. Hey, ich bin groß. Viel Spaß mit Cheap Cheaps. Ich bin ein großer Junge. Ich glaube, das ist den Cheap Cheaps ziemlich egal, wie groß du bist. Na gut. Der Kleine kann mich auf jeden Fall nicht aufpressen. Du bist die Küsse. Ja, hast recht. Und jetzt ist es richtig schwer. Meine Feder. Der Nuckeblatt. Ach ja. Wow. Ich tüte ihn trotzdem reißkalt hinterher. Musstest du jetzt rauskommen, Kollege? Ja. Ja. Nein, komm doch hierher, du blöde. Kackpunze. Fliegende Fische. Jetzt springen die Fische auch noch. Jetzt hau ich ab. Ist mir egal. Fliegende Fische. Bleiben, Uwe. Carpadors. Carpador, Carpador, Carpador. Carpador, Carpador. Ich habe das zweite Level geschafft. Minispiele. Mit einem Leben. Wir müssen ein Pokémon Stadium Minispiele spielen. Das wird aber nur so, das wird nur so, das wird nur so eine Folge als Case oder sowas. Darf ich mir ein Item nehmen? Mach ruhig, mach ruhig. Ich garantiere, es ist ein Feuerblume. Gute Garantie, Louis. Sorry? Sorry? Ich stopp da, warum hast du viel McDonalds im Angebot? Hallo? Hast du Schießburger? Oder auch was anderes? Was gar nicht fettiges am besten? Hey, ohne Job. Nein! Jetzt die Frage. Umreine und umreine. Ah, okay. Oh, hier sind deine Pupgas. Wie geht's ihm? Hey! Ah! Du hast mein Freund getötet. Oh mein Gott. So, wir sind bei 29 Minuten. Ich muss sagen, wir bänden den Part hier. Okay. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wie ich mich mit Level 3 beschäftige. Da, 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 da. Ich sag, danke für's Zuschauen. Scheiße, das hab ich ein Ohrwurm. Danke, Louis. Wieso, ich? Das Spiel hat die Musik vorgesungen. Ich bin davon gehypt. Ich tanze gerade jetzt in dem Bayer ab. Das ist geil. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao. Da, da. Da, da.